Hallo meine Lieben, ich werde euch heute eine gute Nachricht sagen. Ich habe eine gute Nachricht. Und zwar, ihr kennt ja alle noch den Roboterhund Max, den ich von Lego mal gebaut habe. Den habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Es war schon etwas länger her, Anfang von YouTube, wo ich mit YouTube angefangen habe. Und ihr wisst ja, dass der früher, der hatte früher eigentlich noch ein graues Ohr. Aber das graue Ohr ist kaputt gegangen, weil dieser Clip... Ich habe den in den Koffer geteilt und dann irgendwas draufgelegt und dann ist das Ding abgebrochen. Und ja Leute, dann zeige ich euch das mal. Jetzt hat der hier einen Ersatzer und zwar zwar ein rotes, aber es ist egal, weil das rote passt wie angegossen. Und ja, was bei denen auch nämlich falsch war. Der hat wirklich dieses kleine, dünne Teil hier. Warte, ich zeige es mal. Ich schaue mal hinter der Kamera kurz. Dieses kleine Teil, ich könnte den Hund auch ganz kurz mal hinlegen, damit ihr ihn auch leichter vielleicht sehen könnt. Da sieht man, das Teil ist zwar nicht in der gleichen Farbe, aber das ist ja egal, weil der hatte ja früher... Ihr kennt ja, der hatte ja früher ein graues Teil gehabt. Und dieses graue Teil war kein passendes Ohr. Und jetzt ist da halt zwar ein rotes Ohr, aber ein anderes hatte ich nicht in der anderen Farbe. Und den habe ich in einer Kiste gefunden. Tatsächlich in meiner Legokiste, wo ich mir auch Geld gespart habe. Das wollte ich nur ganz kurz mal zeigen. Und das Ohr passt tatsächlich wie angegossen hier. Das ist genau das gleiche Ohr wie das hier. Bloß in einer anderen Farbe. Ja, da habe ich den Hund ganz hingelegt. Der Chatblick funktioniert noch von ihm. Und ja, das wollte ich nur ganz kurz sagen. Das war es für den kurzen Video. Haut rein Leute! Ciao!